Auf die Downtown, wir haben es gerade gesehen, Taxi fahren zum Beispiel, ist in Downtown ganz, ganz, ganz billig, nie mehr als 6 Dollar und Sie können von einem an das andere Downtown fahren, 6 Dollar, das ist so, gut. Das ist unser Downtown und Sie sehen, wunderschöne Skyscrapers, typisch für amerikanische Cities und diese 95 Skyscrapers, ich finde das total faszinierend, denn wir müssen vielleicht noch eins uns ins Gedächtnis werfen, Texas ist ein sehr heißer Bundesstaat im Sommer, das heißt 45 Grad, 50 Grad kommt das schon ran und eine hohe Luftfeuchtigkeit und da unsere Amerikaner ja sowieso airconditioner fielen sind, haben die sich gesagt, das machen wir in der Wärme, wenn wir uns gar nicht bewegen können. Demzufolge gehen wir in einen dieser 95 Skyscrapers fahren mit dem Aufzug nach unten und befinden uns in einem 7 Meilen Tunnelsystem und da findet das gesamte Leben statt. Also in einem dieser Skyscrapers nach unten und unterirdisch haben Sie alles. Wie ist denn das Wetter da im Winter? Geschäfte, Ärzte, Kinos. Unterirdisch. Alles unterirdisch. Alles Maul und Löffel. Ich finde das total faszinierend, das ist echt lustig. Sie laufen echt im August durch die Downtown und sehen keine Menschen. Die Geschäfte sind geschlossen und Sie fragen sich, wo ist alles im Tunnel. Alles im Tunnel. Ist das von einer jährigen Zeit, kommen die wieder hoch oder wie ist das? Irgendwie kommen aus dem Türen. Meine Amerikaner und Carl Houston isst ja wirklich, die essen gerne, die sind gut beleibt. Deswegen ist ihnen das selbst geblieben. Im Winter ist es mit Vitamin D. Das war ein Stock hinweg. Ich wollte gerade Sachen daran hin, dass man scheiß, wenn ich kein Sonnenlicht kriege, das ist nicht gut. Wenn es nicht gerade ein Cowboy ist und er auf seiner Ranch lebt, dann ist er wirklich... Wie ist denn das Wetter im Winter? Im Winter ist es schön. Also im Winter, sagen wir so von September bis April, ist es richtig angenehm. Das ist für die schönsten Monats in September. Oh, die haben zwar jetzt Monats gleich in ihr Wetter da unten. Nein, das war jetzt die Frage, ich weiß es nicht. Ja, also wenn Sie jetzt wirklich keine Hitze suchen, dann meinten Sie bitte Juni bis September und alle anderen Monate sind fantastisch. Also wirklich September, Oktober, selbst Dezember ist sehr schön. Was ist denn da mit dem Tunnel leben? Das findet trotzdem statt. Ja, Tunnel ist doch klar. Ich möchte Sie das anschauen, ja. Ja, genau. Sie schauen sich das an und Sie genießen die Freiheit im Winter und Abend. Aber dann spielt sich auch... Aber das ist doch mal das Leben ganz offen. Sie haben die Geschäfte, es ist alles, es ist in dem Falle schon offen, aber es ist halt kein Leben in dem Sinne jetzt, wo Sie jetzt sagen... Ein bisschen Tunnel, ne? Also...